Musik Moin Leute von heute, was geht ab? Jetzt ist es mal wieder am Start für euch. Heute wird alles rausgehauen, was wir über das neue Call of Duty Ghost schon wissen, wann wir was Neues erfahren werden und wann wir offiziell das erste Mal Multiplayer von dem neuen Teil des bald erscheinenden Ghost-Teils sehen werden. Extra für euch werde ich einen Link reinstellen, wo ihr das erste Mal den Multiplayer-Modus von Ghost sehen könnt. Aber fangen wir mal mit den Fakten an. Den Link findet ihr ganz einfach später in der Beschreibung. Einfach auf mehr Anzeigen klicken, dann seht ihr den Link. Wir wissen, dass der neue Multiplayer-Modus auf jeder Map bewegliche Elemente haben wird, wie etwa ein Strommasterumfeld oder Baumstämme, die losrollen und vieles mehr. Wir werden auf allen Karten Möglichkeiten zum Sliden und Anlehnen an Gebäuden, Kisten zum Beispiel oder Wänden haben. Der neue Slide-Modus ersetzt den Dolphin-Dive aus Black Ops 2. Es wird Erdbeben, Hochwasser, Sprengfallen und vieles mehr geben. Dann werden wir die Möglichkeit haben, im Charakter-Modus den Kopf zum Beispiel des Menschen sowie den Körper und den Helm auszutauschen. Und nach seinen eigenen Vorstellungen, sich den Charakter so zurechtzubauen, wie man halt selber möchte. Ghost wird einen neuen Online-Modus namens Quads tragen. Und das erste Mal werden wir den Multiplayer-Modus offiziell am 14. August sehen. Link dazu natürlich unten in der Beschreibung zu finden. Einfach auf mehr Anzeigen klicken. Und jetzt zum Abschluss noch ein 8-Sekunden-Einblick von Mark Rubin von dem neuen Multiplayer-Menü-Modus. Also habt viel Spaß damit. Wir sehen uns. Bis dann. Achtung! Feindliche Handtanküberschreien! Achtung! Feindliche Handtanküberschreien! Achtung! Feindliche Handtanküberschreien! Feindliche Drohne nähert sich! Feindliche Handtanküberschreien! Feindliche Handtanküberschreien! Feindliche Handtanküberschreien! Feindliche Handtanküberschreien! Feindliche Handtanküberschreien! Die drohne nähert sich! Bombe Offline Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs Feindliche Drohne nähert sich Das wird knapp Schlagen Hier einhaut 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 Schaut Schaut Wir haben Zeit Was ist das? Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Vorräte unterwegs. Die Bombe ist scharf. Blitzschlag in Bereitschaft. Verbündete Blitzschlag steht bevor. Die Bombe reagiert. Ich bin ein Blitzschlag. Verbündete Drohne nähert sich. Die Bombe, die Kommbe sind es besch Verbündete Drohne nähert sich. Ich bin einbl wound, pardon. Die Bombe deaktiviert. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.